...einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. ...einen Schrein. ...einen Schrein. Ich orte Gefallene. Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Die Gefallene. Sie greifen den Höllenschlund an. ...einen Schrein. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Wenn ich die Coms richtig übersetze